Südafrika in den 1970er Jahren. Die Stimmung im Land befindet sich auf dem Siedepunkt. Viele Menschen bäumen sich gegen den staatlich verordneten Rassismus des Apartheid Regimes auf, darunter auch einige, die der privilegierten weißen Minderheit angehören. Der Anti-Apartheid Aktivist Tim Jenkin und Stephen Lee werden gefangen genommen, weil sie verbotenerweise Flugblätter verteilt haben und ins Hochsicherheitsgefängnis in Pretoria gesteckt. Dort treffen sie auf Dennis Goldberg und Leonard und finden in ihnen zwei Verbündete für ihre Ausbruchspläne. Sie wollen in der Gefängniswerkstatt hölzerne Kopien der Schlüssel für alle Türen anfertigen, um so möglichst schnell wieder aus dem Gefängnis entkommen zu können. Ja, in diesem Sinne heiße ich euch herzlich willkommen zu meiner 118. Review in diesem Jahr auf diesem Kanal Film Review Channel und heute mit einem wirklich ganz besonderen Film. Der hat mir wirklich ganz große Freude gemacht. Dieser Film heißt Flucht aus Pretoria und ist ein Film bzw. eine Biografie, ein Thriller aus Großbritannien, aus Australien, aus dem Jahre 2020 und hat eine FSK 16. Und ich bin immer so hellhörig, wenn ein Daniel Radcliffe einen neuen Film rausbringt, ich erinnere mich zum Beispiel an Jungle oder diversen anderen, wo ich sage, wow, also außerhalb des Harry Potter Genres gefällt er mir definitiv besser, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Harry Potter ist nicht so wirklich meins. Aber sei es drum und ich sehe mir gerne Filme an, wo ich sage, oh, das sind vielleicht etwas spezieller, vor allem Biografien und wo ich da gehört habe, das soll eine Biografie, also eine Biografieverfilmung sein bzw. dass dieser Film auf wahren Begebenheiten basiert, da bin ich hellhörig geworden und im Rahmen von Daniel Radcliffe habe ich mir gedacht, wow, den Film muss ich mir geben und ich muss ganz ehrlich sagen, mal in einem Satz zusammengefasst, er ist definitiv nicht schlecht geworden. Warum und wieso gehen wir Schritt für Schritt den Film einmal durch. Wie gesagt, mit an Bord von den Darstellern her ist hier unter anderem Daniel Radcliffe in der Hauptrolle oder auch Ian Hart oder auch Daniel Weber und ich finde eigentlich, die machen das wirklich so sympathisch und so menschlich und einfach nur grenzgenial und Daniel Radcliffe mal mit so einem wuschigen Vollbart und mit dieser 70er Jahre Fliegerbrille zu sehen, ist einfach lustig, vor allem die Klamotten von damals finde ich einfach ziemlich stark und ich finde eigentlich ihre Performance im Großen und Ganzen ziemlich, ziemlich in Ordnung. Die Story so unglaublich wie sie klingt, ja das ist damals wirklich passiert, Ende der 90er, 70er Jahre und ich bin mir nicht sicher, ich glaube es war 1978, wenn ich mich jetzt nicht recht im Sinne und ist wirklich eine wahre Geschichte, die spannend erzählt wird hier in diesem Film, die relativ kurzweilig ist mit seinen 106 Minuten, hin und wieder gibt es mal so ein paar Stellen, die sich vielleicht ein bisschen ziehen, wo ich sage, vielleicht 10 Minuten weniger hätten den Film im Gesamten wirklich besser getan, aber im Großen und Ganzen ein Film, der einfach die Sprache verschlägt, weil es gibt jetzt so diverse, wie soll ich sagen, so Gefängnis-Thriller, Gefängnis-Drama, wo ich sage, ja gut, das ist nicht schlecht gemacht, gute Storyline, aber dieser Film passiert wie gesagt auf einer wahren Geschichte, das ist wirklich damals so passiert und ist so vor sich gegangen und da ist mir stellenweise wirklich ein bisschen so die Luft weggeblieben, weil ich mir gedacht habe, wow, hat das wirklich damals so funktioniert, aber man muss sich dem alles hinterfragen, wenn es heißt, das passiert auf einer wahren Geschichte, dann ist das nun mal so und deshalb klingt das für mich so unglaublich, dass das wirklich damals so funktioniert hat bezüglich Ausbruch, bezüglich Schlüssel machen und so weiter und wir befinden uns in diesem Fall mit der Storyline her, relativ wenig außerhalb des Gefängnisses, sondern eigentlich zu 90% in diesem Gefängnis und das ist, wie soll ich sagen, damals, so wie es aussieht, ging es da nicht gerade sehr zart beseitigt zu, sondern hier wurde schon ein bisschen, ja ein bisschen grober mit dem Gefängnis saßen umgegangen und ja sei es darum, ich finde die Geschichte ziemlich gut umgesetzt, ich kenne die wirkliche Geschichte, kenne ich jetzt da nicht, aber so wie das hier präsentiert wird und so wie das hier umgesetzt wurde im Rahmen von wahren Geschichte und einer Flucht aus einem Gefängnis, wie gesagt, relativ kurzweilig, spannend und vor allem sehr zum Greifen, wenn ich das mal so sagen darf, auch wenn es komplett skurril ist, aber wirklich, finde ich wirklich gut gemacht. Die Musik ist zum größten Teil auf Spannung gemacht und es gibt definitiv einige wirklich hochspannende Momente, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, wie kann so etwas sein, ich halte es gar nicht mehr aus, aber ach, das ist einfach, wo ich sage, das macht wirklich einen guten Film aus, beziehungsweise einen guten Thrill im Rahmen von einer Biografie, hat mir sehr gut gefallen. Die Effekte, ich glaube nicht, dass hier wirklich Effekte hier, oder offensichtliche CGI hier dabei war, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn CGI wirklich hier ebenfalls vorhanden ist, dann ist es mir nicht aufgefallen, beziehungsweise finde ich ziemlich gut, weil es ist mir nicht aufgefallen und die Kamera hat wirklich einen tollen 70er Jahre Look, vor allem die Klamotten, die Autos, dann wie gesagt, das sieht man alles am Anfang und eventuell zwischendurch mal, aber immer so stellenweise sehr, sehr wenig, wie gesagt, zu 90% befinden wir uns bei diesem Film in diesem Gefängnis und die Kamera ist ziemlich ruhig gehalten, aber ein bisschen so mit knalligeren Farben, aber passt definitiv grenzgenial im Rahmen der Storyline. Und so muss ich sagen, dass Flucht aus Pretoria wieder ein Film mit Dylan Radcliffe geworden ist, wo ich sage, wow, der letzte, wo ich mich erinnern kann, wo ich sage, der war wirklich, wirklich stark, das war Jungle, den anderen Film, wo er seine Pistolen in der Hand hat, jetzt fällt mir den Namen nicht ein, den fand ich auch nicht schlecht, also ich finde eigentlich das, was er so nach seiner Harry Potter Ära gemacht hat, bezüglich Dylan Radcliffe, der macht einfach einen guten Film, macht den anderen, so Swiss Army Man etc., das habe ich noch nicht gesehen, muss ich mal nachholen, aber Flucht aus Pretoria kann ich noch jeden ans Herz legen, der einen Film sein möchte, der auf einer wahren Begebenheit passiert, bei der ist ziemlich gut umgesetzt worden, der einen guten Daniel Radcliffe sehen möchte und vor allem, oder generell, wer einfach nur einen spannenden Film sehen möchte, den kann ich diesen Film ans Herz legen und deshalb bekommt von mir Flucht aus Pretoria im Rahmen von Biografie, Shake-Thriller, Drama, Drama, ja Thriller, acht von zehn möglichen Punkten, da finde ich ihn wirklich gut, wirklich stark und auch insgesamt ein Film, der ist definitiv sehenswert, siebeneinhalb von zehn möglichen Punkten und Apropos, diesen Film gibt es ab dem 26. November auf DVD und Blu-ray im deutschsprachigen Raum zu erwerben, ich sehe mir die Filme immer im Vorhinein an, beziehungsweise braucht die eigentlich nicht immer abzuwarten, bis es in Deutschland oder Österreich zu kaufen gibt, da schaue ich immer auf Amazon.com, da soll nie eine Werbung sein, wenn ich das erwähne, aber wenn so Fragen auftauchen, wo hast du den Film gesehen, wenn er erst an diesem Tag veröffentlicht wird, ja, die Amerikaner, beziehungsweise alle anderen sind ein bisschen früher dran mit der Veröffentlichung eines Filmes auf DVD und Blu-ray oder Video und Daimon als wir und ja, wenn ich neugierig auf einem Film bin, dann sehe ich mir den gleich vom Vorhinein ein und kann natürlich auch vorhinein berichten, ist natürlich auch etwas, oder? So, in diesem Sinne, ich bedanke mich echt herzlich fürs Einschalten, lasst mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat und wenn ihr weiterhin sagt, Daniel Radcliffe außerhalb der Harry Potter Ära ist einfach stark, der macht einfach gute Filme, dann lasst auch für diesen Aussage auch einen Daumen nach oben, warum auch nicht und ja, abonnieren, Glocke drücken, da verpasst ihr keine Videos mehr und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal!